Regional, zuverlässig und fair. Strom- und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberpframmern. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Kommst du jetzt mit runter? Ja, das Herrchen macht nämlich Musik. Die Kleine hier ist verwöhnt. Wir sind bei Savé Darcy, ich werde es herausfinden, Musiker seines Zeichens in Oberpframmern. Menschen unter Ihnen, die der Musik zugewandt sind, kennen ihn vielleicht schon von der Sendung mit Ray Garvey. Der hat ihn ausgesucht, weil er ganz gut ist. Das ist gut. So ist der Musiker. Schau dir das an. Deine wunderbare Hündin wartet. Haba deri Savé. Grüß dich. Das ist so schön. Das ist umgeben von Musik und Kunst. Bist du das? Ja, das bin ich. Das ist jetzt gerade meine neue Single. Die heißt wie? Die heißt Les enfants la crise. Sag mal, ist bei dir jetzt das Französische mit drin, oder was? Genau. Was ist denn das Französische? Also Papa kommt aus Frankreich, Mama aus England und ich wohne hier in Oberpframmern. Ich finde die Mischung sehr interessant. Wie kommt denn das zustande, dass beide Eltern ihren Sohn in Oberpframmern niederlassen? Wie kommt denn das? Gute Frage. Ja, wir mussten nach München ziehen, wegen meinem Papas Job. Und ja, dann, die Stadt und die Vorstadt hat uns nie so wirklich getaugt. Also wir sind Menschen, die Natur lieben. Und wir wollen unseren Platz auch für unseren Hund. Und ja, wir haben uns dann entschieden, nee, wir ziehen nicht in die Vorstadt und in die Stadt. Wir ziehen irgendwo hin, wo es richtig schön ist. Ja, und da ist es schön. Oberpframmern, ja? Heißt, sagt mir jetzt Darcy oder Darcy? Beides gilt. Also für mich hängt das von der Sprache ab. Also ob ich jetzt auf Englisch oder Französisch rede. Bist du dann auch in gewisser Weise auch wegen des bayerischen Mächte? Ich muss mir sagen, hier im Landkreis. Es ist ein wenig grübiger hier. Ja, also der Name Savier Darcy ist ganz schwer auf bayerisch. Also da kommt so Xaver, die Art oder sowas raus. Aber das ist auch okay. Mein Lieber, das ist also mal ganz... Mama, mach es ein bisschen leiser, damit wir dich auch gut verstehen. Weil wir hören ja dann eh noch was von dir. Sag mal, also, wo kommt die Musik aus dir raus? War das Mama, Papa? Ist das etwas, was beim Savier irgendwann mal sich schon als Kind entwickelt hat? Wo man gesagt hat, das ist deswegen, ja? Oder gab es ein Vorbild, wo man gesagt hat, das war der Auslöser? Also ich glaube, es gibt zwei verschiedene Sachen. Also es gibt einerseits die Musik, natürlich. Also die Musik habe ich sehr jung angefangen. Irgendwie mit acht habe ich Klavierunterricht gemacht. Und ich habe alles früher klassisch gemacht, auch klassisch gesungen als Sopran hier im Dorenkor in München. Und also ja, die Musik habe ich seit Ewigkeiten. Also meine Familie ist jetzt nicht besonders musikalisch. Aber ich glaube, jetzt heutzutage wollen alle Eltern, dass ihre Kinder Musiker werden. Also die schicken die... Also und bei mir hat es geklappt. Also bei meiner Schwester nicht, aber bei mir hat es funktioniert. Aber dann, also es gibt die Musik, aber es gibt diese andere Seite von irgendwie Performance. Also ich hatte immer irgendwie einen Drang dazu, vor anderen Menschen aufzutreten, auf eine Bühne zu stehen. Also inmitten des Geschehens zu sein. Also in der Schule war ich immer der Lauteste in der Klasse, der die ganze Zeit Scheiße gebaut hat. Aber das ist ja dann eine wunderbare Mischung, weil es gibt ja auch, wenn wir also dann Richtung Dillen gehen, der jetzt nicht unbedingt die Rampensau ist, trotzdem einer der Größten, ja. Also und dann die Mischung aber bei dir. Also das ist etwas, was sich ja dann kombinieren lässt. Was ist aber dann der Moment, wenn du auf die Bühne gehst? Also ist dann die Musik wirklich bei dir komplett drin oder siehst du dann auch das Publikum? Das ist ja so eine Mischung immer, dass man so aufeinander zugeht. Ja genau, also für mich, auf der Bühne ist es, also es geht ums Publikum. Also da muss ich wirklich sagen, die sind die ganze Zeit mein Fokus. Also ich bin auch, also es gibt viele Musiker, die gerne mit geschossenen Augen spielen und in sich selber. Dann die Musik für, nee, ich versuche immer Augenkontakt zu haben, weil ich will meine Geschichten rüberbringen. Es ist auch nicht immer einfach, ich singe auf Englisch und ich spiele meine Konzerte hauptsächlich in Deutschland. Also Leute, die ja nicht unbedingt Englisch als Muttersprache haben. Also da muss man mit mehr kommunizieren als nur die Texte. Also man muss dann alles benutzen, um diese Geschichten zu erzählen, die in den Liedern sind. Kannst du in zwei Sätzen beschreiben, der den Savier nicht kennt, was Savier für Musik macht? Nein. Ja, dann hören wir es. Ja, in zwei Sätze. In zwei Sätze. In zwei Sätze. Ja, ich... Fuck. Hey, es ist eine bunte Mischung aus alles, was 2016 ist. Und ich habe, also das ist hauptsächlich von Akustikgitarre und meine Stimme geprägt. Aber trotzdem beeinflusst mich alles, alles was im Radio läuft, alles was ich irgendwie im Internet höre. Das sind jetzt ein bisschen meine zwei Sätze, aber ich versuche einfach ein bisschen damit zu erklären, was ich mache. Was reden wir denn drüber? Hören wir es doch. Darf man was hören? Nimm die Guitar oder was auch immer. Ich meine, es sind ja einige da. Jetzt erinnert mich das so an die frühere Zeit, als Frau Schieder so 15, 16 war, untalentierte Freunde um sich herum hatte, die Musik machen wollten. Und man saß dann immer so da und hat es sich angehört. Beim Savier ist das anders. Der junge Mann hat nämlich Talent, da hört sich das ganz anders an. Rashida hat sich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich schätze, was Eigenes werden wir hören? Ja. Schon beim Stimmen bin ich raus. Guck dir das an, da hört meine Musikalität schon wieder auf. Du hast einige Gitarren, gell? Okay, Seite. Seite gerissen. Cut. Das ist ordinal, meine Damen und Herren. Und Klappe. Okay, jetzt haben wir eine neue Gitarre. Diesen Song heißt Kismet Babies von meiner letzten Klappe. Musik It comes back around that much I've learned Now the beds are blitzed and the tables they have been turned Isn't that baby, your love ain't no game of chance Isn't that baby, your love ain't a merry or not to me Isn't that baby, your love ain't no game of chance, no Isn't that baby, your love ain't no game of chance, no Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberpframmern. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, wir sind immer noch beim Savier im Keller, in dem also diese Musik entsteht, die ich... Das ist so dieses, wo man sagt, da kommt dann die Gänsehaut bei der Frau Schieder, der Entenparker. Das rührt schon. Wann merkst du eigentlich selber, Savier, oder hast du gemerkt, dass dieses Talent auch da ist? Und, dass man damit auch auf eine Bühne geht. Weil es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, ja, ich schreibe ein bisschen, ich gehe aber nicht raus damit. Und dass es auch das ist, was du machen wirst und willst und nicht in einem Finanzamt sitzen wirst. Ja, also hoffentlich nicht im Finanzamt sitzen, also ja, Entschuldigung an alle, die jetzt im Finanzämter arbeiten. Nein, aber es wird eher künstlerisch kreativ bleiben. Ja, also, wann habe ich das gemerkt? Also wie gesagt, ich habe sehr jung angefangen mit der klassischen Musik. Also ich wusste, dass ich da was habe, weil ich habe im Chor gesungen und alles als kleiner Junge, als Sopran. Aber ich habe irgendwann mal gesagt, nein, ich will meine eigene Musik machen. Ich habe damals, während ich klassisch gesungen habe, Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, also richtiges Rock'n'Roll gehört. Und ich wollte diese Musik machen und dann habe ich meine Gitarre gekauft und ich habe mir selber die Gitarre beigebracht. Ich habe angefangen, Songs zu schreiben. Und ich muss sagen, am Anfang war es nicht so gut, als ich im Gymnasium gespielt habe und so. Die ersten Auftritte sind nicht so gut gelaufen, aber ich hatte einfach die Motivation, weiterzumachen. Und irgendwann ist etwas, ja, das hier daraus geworden. Und Ochsentour, wichtig? Die Ochsentour ist wichtig. Ochsentour? Ochsentour sind die Musiker, die wirklich auch vor Publikum spielen, wenn sogar mehr auf der Bühne sind wie vor der Bühne. In Kellern, in kleinsten Bordzen, die man sieht. Das nennt man Ochsentour. Ja, super. Das ist da eins auch, ne? Hey, das muss, also die Erfahrung muss jeder Musiker machen. Und es kann wirklich sein, also am einen Tag spielst du bei einem riesiges Festival vor 10.000 Leuten. Am nächsten spielst du dann halt so einen kleinen Bordzen vor fünf Leuten, die alle in ihrem Bier starren und nicht zuhören. Aber das musst du machen und du musst durchhalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach die richtige Einstellung zu haben und motiviert zu sein und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Wenn man das anspricht, dass man sagt, man hat die Höhen, dann gibt es ja auch die Tiefen. Das heißt, bedeutet das dann auch mal, dass der Savje da sitzt und sagt, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist? Gibt es so Zweifel? Also ich bin ein sehr, sehr optimistischer Mensch. Also ich bin, also das ist sogar, also ich bin so optimistisch, ich bin so positiv, so gut drauf, dass es ein Nachteil ist. Aber ich mache das erst seit eineinhalb Jahren und bisher ist alles so. Seit wann erst? Eineinhalb Jahren? Ja, also seit... So hört sich das an nach eineinhalb Jahren. Gewalt bitte merken Sie sich diesen jungen Herren, den zweieinhalb, weiß überhaupt nicht mehr, dass es München TV gibt. So sieht er. Was ist denn so das Ziel? Will man dann irgendwann mal in großen Hallen spielen? Der Ziel ist schon erreicht. Ich gehe da raus, ich spiele auch heute Abend ein Konzert. Ich werde da auf der Bühne meinen Spaß haben. Es wird super sein. Die Leute werden hoffentlich meine Musik cool finden. Und ja, also das ist der Ziel. Ich glaube, der Ziel ist schon erreicht, gute Songs zu schreiben, Spaß zu haben und sich immer weiterzuentwickeln. Sag mir, wann ein Song gut ist. Wann ein Savje sagt, das ist er und so bleibt er. Das kann ich dir nicht sagen. Es ist ein Bauchgefühl. Es ist wirklich ein Bauchgefühl. Und wenn du, ich glaube, das ist für mich, wenn ich musikalisch und tetzlich alles ausgedrückt habe, dieses Gefühl erzeugt habe, was ich erzeugen wollte. Und es kann irgendwie ein Song über eine Ex-Freundin sein oder ein Song über Politik sein oder keine Ahnung, was auch immer. Du musst einfach die Gefühle, die du rüberbringen willst, dann perfekt in diesen Song ausdrücken. Und dann ist er gut. Savje, hören wir noch einen guten? Hören wir noch einen guten? Was denn für einen zum Beispiel? Ähm, äh, was können wir jetzt machen? Ich spiele einen Song, der heißt Writing to Natalie. Es ist von meiner ersten CD. Und ja, es ist tatsächlich ein Song über meine Ex-Freundin. Hallo! Okay. Oh, Natalie, goodbye, my lovely. I put this in a song, it's all that I can do. You should see your mother can believe No one really thinks that you will put this through. Oh, Natalie, you make a margarine Of everything I say, of everything I do Oh, I'm left reading a screen Looking at the shadow Liebe Zuschauer, das ist der Savje Darcy aus Oberpframmen. Merken Sie sich, diesen jungen Mann, großartiger Musiker. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer Ortschaft der Woche. Bis zum nächsten Mal. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Oberpframmen. Wechseln Sie jetzt! Das war die Oh Property Themen! Particularly